der Hochschule die Erdö reintun La Erdö hier den Stein raus und brauchen wir das Holzkammer hier reintun das braucht man auch zack 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 und zack so das ist die die Höhe das ist die Höhe ok das ist cool das ist sehr gut hier ist Kies noch besser Kies braucht man für den Friedhof für die Wege die Wege nicht die Wege die Wege werden hier aus Trampelfahrt gemacht die na wie heißt es denn grobe Erde braucht man da raus mit Erde und Kies gibt es da so ein crafting Rezept und da werden die Grabsteine draus gemacht nicht die Grabsteine die Erde vor den Grabsteinen jetzt haben wir es so bam so da kommt so ein Ding rein und jetzt Schuttein da auch noch und das auch noch super so jetzt sind wir auf der Ebene da haben wir jetzt den Stein mit können wir natürlich dann auch hier so anbringen da nicht aber da mal sehen wie weit wir da kommen also hier gibt es auch noch Sonne ne das schaut doch gut aus so da müssen wir noch weiter in den Berg rein weil hier möchte ich eigentlich nicht sehr viel mehr abtragen also den Einärer so so und hier ist tatsächlich Kies und wir tun erstmal ein paar Fackeln planten hier auch auf dem Boden so versuche ich mal hier den Kies mir zu holen so Erde haben eher genug zum ausfüllen das war schön viel Kies ist ja noch was? nö doch hier auch hier man kann das immer so schlecht sehen ich stelle mal eine Fackel auf da ist es schon gleich viel angenehmer dann können wir uns auch wieder weg wir haben Erde im Momentar überprüfen wir das mal sehr gut so da sind sie auch nichts da sind sie auch nichts das ist hier normal das ist hier normal mach mir ja noch was weg kann man ja machen ne? da müssen wir auch Stein weg machen das müssen wir alles noch ein bisschen bearbeiten hier ja so so ja vielleicht die ganze Reihe hier noch auch ein neues Lied ja die Playlist die ist ein bisschen aufgefrischt worden auf jeden Fall ja wenn wir einmal dabei sind können wir hier noch drei Stück weg nehmen also hier ist noch einer und so einer bam komm erstmal weiter hat man das nicht erst gerade? bin mir gar nicht sicher so hier steht ein Baum das heißt der muss definitiv bleiben aber der ja nicht oben ist das etwas uneffizient das da wegen so ich muss mal von der anderen Seite ja gucken wie wir das machen wenn es zu eng ist kann man es ja einfach von der anderen Seite mit abziehen da haben wir dann wieder ein bisschen Ausbuchtung so jetzt fasse einmal rum perfekt lass mich hier hoch gucken wir uns das mal an hier ist auf jeden Fall noch ein eng Pass das ja auf jeden Fall müssen wir auf jeden Fall noch was abfragen ja so mal Eisen 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 Eirenoere hier ist ja Kohle Mehr ist es aber nicht. Ach ne, hier ist noch was. Bei sowas bin ich auch schon mal ja fast drauf gegangen. Da bin ich eine große Höhle unter mir. So eine Big Höhle, die bis auf Ebene, keine Ahnung was, runter ging. Da bin ich fast gestorben. Da hatte ich noch so anderthalb Herzen. Dann wird Wasser erwartet. Hier wird Wasser erwartet. Das ist definitiv zu hängen. Das muss aber auch noch ausgebeult werden. Das wird aber gleich Nacht. Deswegen, wir verabschieden uns dann dieser Stelle. Wenn es Nacht wird. So wie jede Folge. Dass ihr auch morgen wieder gespannt dabei sein könnt. Wenn es wieder heißt. Minecraft Season 6. Staffel 6, wie ihr es auch nennen wollt. Ein wunderschönes, episches Lied am Ende. Was heißt episch? Es ist sehr gewogen. Ausgewogen, kann man schon sagen. Und es hat so einen gewissen Charme und Charakter. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und sage Bye Bye. Euer Satz und Jesus. Ciao, Ciao. Ciao.